In der Europäischen Union ist es unabhängig, dass man viel von einem Sprachen spricht. Man lernt einfach Leute ganz anders kennen, wenn man mit ihnen auf ihrer Muttersprache reden kann. Man findet sich in anderen Ländern zurecht, man lernt mit der Sprache auch ganz viel die Kultur kennen, also sehr viele Vorteile die man davon hat. Ich glaube, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, dass man einen neuen Weltkrieg, einen neuen Politik, einen neuen Weltkrieg, einen neuen Weltkrieg, einen neuen Weltkrieg, einen neuen Weltkrieg, einen neuen Weltkrieg. Man hat eine neue Weltkrieg. Ich habe jetzt die Möglichkeit, die Europäische Union in der Europäischen Union zu tun. Das ist auch die Möglichkeit, die neue Gesellschaft zu beherren und die neue Weltkrieg. Wie gesagt habe ich bereits gesagt, für mich ist eine Art Weg zu überleben, weil ich aus einer kleinen Landkrieg. Man kann auch mit anderen Menschen, die nicht von der Kulturen sind, damit man sich öffnet und mehr und mehr kulturen kennenlernen, das ist viel besser für unser Welt. Man kann mit mehr Menschen in der Welt sprechen, und man kann ihre Meinung lernen, und man kann ihre Kultur lernen. Das ermöglicht viele Arbeitsplätze, und das ermöglicht die Menschen durch die Stadt und die Länder. Ich habe vor allem die Möglichkeit, die Möglichkeit zu finden, die Arbeitsplätze zu finden, und die Professionale sind. Und das Thema, wenn man zu fahren kann, das hilft, aber man kann sich auch ohne Sprache zu sprechen. Menschlich, auch wenn man oft von anderen Sprachen kann, Man kann auch kleine Sprache schreiben, die man nicht mehr wissen kann. Man kann mit ihnen kommunizieren mit ihnen besser. Das ist sehr wichtig für sich selbst. Normalerweise kann ich die Vorteile sagen, wenn ich ein Türkisch-Lastronn bin, Wenn ich ein Türkisch spreche, um ein Briefing oder ein Briefing oder ein Briefing, dann würde ich sehr hilf, um eine positive Antwort von ihnen zu bekommen. Also, eine Art von Service oder eine Art von Kindheit von ihnen zu bekommen.